Grüß Gott! Heute habe ich dir eine Wohlers-Parole über ein Lieberer-Thema, wie ich am Remark ist, dass ich in den Filmen in den Filmen progressiere, weil ich nicht in den Plenum mit meinen eigenen Provenzen habe, denn ich fahre jeden Tag einen YouTube-Film über die dritte Tage-Lingua-Defihe, denn heute ist es der Tag der Juni, denn ich denke, dass in den letzten Tagen ich versuche, dass ich den Filmen regelmäßig auf jeden Fall schreibe. Doch heute möchte ich eine Parole über ein neues Thema. Ich möchte, das Thema Wortizel, weil ich nicht jemand von den Augen auf die Besten habe, ich möchte genau sagen, dass es nicht die Besten sind, sondern es sind die Protozole, und man kann es in den Augen finden, und ich möchte es einfach mal sehen, wie wir sehen, wie wir sehen, dass wir irgendwelche Mikroskope haben, dass wir mit Metaferien, auch mit Supermikroskope haben, und ich möchte es einfach über die Vortizel sehen. Hier ist es ein L1-Ciel, und es ist ein L3-Ege-Mal-Grande, weil es ein L3-Ege-Mal-Speak ist, und es hat die Ausbildung, und er hat der unikbare L3-Ege-Mal-Regierung der Aufmerksamkeit, der sie die anderen Objekte interessiert. Es wird sehr schnell aufmerksam, und es wird ganz schnell aufmerksam, und es ist eine Chance, dass wir nicht so gut haben, so wie die Reaktion. Und was sie machen? Sie machen Bakterien, sie haben viele, viele große Haare, ca. ... wir wollen die Kappen, denn sie haben keine Kappen, sondern ca. ... der super Parton. Und diese Haare haben viele Bakterien, die sie finden in der Luft. Ich denke, dass diese Vortizelle sehr interessiert sind, die Protozoe, und wir haben das, was wir wollen. So, bis zum nächsten Mal. Tschüss.